Ich würde sagen, wir schauen mal rein, äh, 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 was wir hier haben. Bis morgen, Sascha, rein in die Masse. Let's go! Nein, 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 nein. Warte, 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 bevor wir anfangen, bevor wir anfangen, bevor wir jetzt das normal machen. Alter, ich kann's, ich muss es hinlegen, sonst geht's nicht, oder? Krieg's auch gehalten. Warte mal. Muss lauter sein. Let's go! Eins kann ich euch sagen, Alter, es gibt keine Realer-Rebrief-Freundschaft als zwischen mir und dem Justiz-System Baden-Württemberg. Guckt euch das an, Alter, die melden sich jede Woche bei mir, die denken immer an mich. Ich küss euch, Alter. Let's go! Leute, sendet mir eure Clips über Instagram, Sir, oder kommt auf meinem Discord, Sir. Instagram, Sir. Ich will in den Himmel, mein Reddit-Suchverlauf. Digga! What's this, you fucking piece of shit? Leute, ich schwöre es euch, ich habe einen Public-Reddit-Account und einen privaten. Und mein privater Reddit-Account, Digga, ich glaube, ich habe 20 neue Fetische entwickelt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Nur wegen fucking Reddit, Alter. Holy shit, dass diese Plattform mich bereichert und kaputt gemacht zugleich. Kuss geht raus. What's this? Huh? Huh? What's this, motherfucker? Chill, Bro. Mein Xbox-Party aufnimmt. What's this? Ganz vorsichtig, Digga, das war mein Angebot, Junge. Lern Rickroll da drauf, ist mein nächstes Goal. Das ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Der schmeckt, der schmeckt. Und das ist frisch zubereitet. Für sowas zahlt man normalerweise im Kaffeehaus ganz, ganz viel Geld. Digga, sicher, dass es nicht Kokain ist, was du da in der Nase sagst, Bro. Das ist jeden Morgen, erwartet sie sowas, immer nach dem Mittag. Bus aber anstatt das B ein S. Sus? Alright. Essen. Das ist so Wahnsinn. Also, mir fehlt hier noch so die gewisse Portion Senfeier. Ja, Renner. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns und euch Deutschen ist? Was denn? Wir verraten unsere Brüder nicht. Verstehst du? Familie ist heilig. Okay. Im Saarland ist die Familie ganz besonders heilig. Also, ich denke so langsam, dieses Gendern geht viel zu weit. Dario, Verena, Hofe, Einstein, Kuss, danke. Restaurant innen. Nicht Nilo, was soll die Scheiße? Österreich gegen Mazedonien. Wer wird morgen gewinnen? Türkei! Die ist, glaube ich, schon raus. Die Türkei ist, glaube ich, schon raus. Spielt morgen nicht. Türkei! Okay. Türkei! Türkei? Türkei gewinnt immer. Österreich? Ja, immer Türkei. Österreich. Türkei. 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 Österreich. Macht da nichts. Türkei. Haut rein. Schönen Sonntag euch. Jo, jo, kuss auf die Nuss. Haut rein. Bis morgen, ich freue mich. Pass doch nicht auf. Kuss. Digga, was, wie geht... Oh mein Gott, wie gehe ich jetzt hier? Och nö, Digga. Das ist ein unangenehme Ende, ne? Och Mann! Ich bin noch live, glaube ich. Oh, Bruder. Och, Digga, nö. Das ist so, wie wenn man jemanden Hallo gesagt hat und dann doch noch gemeinsam irgendwo an der Ecke stehen muss. Oh nö, Digga. Oh mein Gott. Och. So, meine lieben Freunde der Sonne, mal kurz zum Thema. Schwarze kriegen keinen Sonnenbrand. Was ist denn das? Ich habe gerade hier ein bisschen rumgefummelt. Hier, ich denke, irgendwas hier fusselig. Was? Ne, gehen wir mir auf den Sack. Pass, gucke ich mal hier. Sonnenbrand. Mensch, ich fasse es nicht. Ich bin gerade empört. Sag ich euch, wie es ist. Empört? Hier, ich weiß, ich kann keinen Sonnenbrand. Hier, hast du den Beweis, Junge, auf beiden Seiten. Ich fasse es gerade nicht. Unfassbar, Leute. Was mache ich denn jetzt? Eincremen, oder? Eincremen einfach. Jeder muss einfach eincremen, oder? Ich wollte nur den Regen füllen. Tut mir leid. Merkt euch eins, Chat. Egal, wie gut ihr seid. Egal, wie talentiert ihr seid. Egal, wie süchtig ihr seid. Sympathisch, beste Instagram-Page. Immer wieder krosse und saftige Memes am Start. Da auf jeden Fall mal aggressiv ein Follow da lassen, wenn ihr auch so gerne lacht in eurer Freizeit. Ja. Es gibt irgendwo auf der Welt einen kleinen, dicklichen Koreaner. Der ist besser als in dem, was ihr macht. Vertraut mir. Den gibt es wirklich. Merkt euch das. Tag, Marcel. Was ist da da? Gut gespielt. LOL. LOL. LOL, Digga. Ich komme da nicht mehr raus. Das ist jetzt schon eine dritte Flasche heute. So, Nami. Gesundheit. 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 Ey, warum kann ich diesen Typen einfach nicht glauben, dass der am Fasten war? Der hat doch 100% Salzstangen unter Decke gegessen. Ui, wie der tut, als hätte der gefastet. Guck mal, guck mal, guck mal, wie der ist extra, als hätte der gefastet. Ich schwöre, der hat Toilette eben mauarm gegessen. Ja, ja, guck, guck, guck. Ach, egal, wir sind beide Heuschler. Wir suchen uns jetzt irgendwo einen neuen Platz, wo man trinken kann. Weil man wird ja von hier vertrieben ohne Ende. Ja. Weil ich bin das sechste Mal hier und das geht gar nicht, weil ich will trinken, ne? Ja, klar. Ne, also es ist ja auch dein Grundrecht. Saufen ist ja ein Grundrecht, na klar. Komm, gib mir einen geilen Effekt mit Blitz. Komm, 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 so. Boah, Jungs! Ey, habt ihr das gesehen? Seht ihr das, was für geile Effekte, Bruder? Boah, geil, Walla! Komm, komm, bring mir noch einen. Ich wusste gar nicht, dass es so gut aussieht. Pää, 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 oh mein Gott! Digga. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Walla, geil! Ey, auf Turan, geil, macht einen Screenshot. Ich mach einen Screenshot und Post aus der Winzer. Ah, komm Digga, komm, 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 komm.